Bepa, Spenglerei, Bedachung. Ob steil, ob flach, Ihr Unternehmen fürs Dach. Blech und Metall sind unsere Stärken. In der modern eingerichteten Werkstatt wirkt ein motiviertes, kompetentes Team. Damit auf dem Bau gezielt montiert werden kann, wird hier so viel wie möglich bereits vorproduziert. Bitumenbahnen, Sika-Sanafilfolie, Flüssigkunststoff. Für Flachdach- und Terrassenabdichtungen werden neueste Materialien verwendet. Auf Ihre individuellen Wünsche freuen wir uns, auch für Steilbedachungen und Fassadenarbeiten. Zudem arbeiten wir mit Thronziegeln, Eternit, Schiefer und Keramikplatten in den unterschiedlichsten Grössen. Sehr gerne auch mit Holzschindeln und mit dem dekorativen Radcheck Naturschiefer. Bepa Heinz-Imboden AG in Engelberg seit 1986. Auch für Reparaturen, Kontrollen und Blitzschutz.